jetzt ist es zu schade na gut und haben auf jeden Fall erstmal sein Portemonnaie können wir das auch gleich bringen dann können wir auch noch ein Foto wo die kommen noch nicht rein das war das geht und wurde man über den einen neuen Klinker mit den Kräften das Ding verbrauchsgegenstände Rito So, das können wir einfach noch nicht Ein bisschen Artefakte Lass mich klammern Sollten wir uns vielleicht mal auch Artefakte herstellen Bist du so kleinwünsig oder sowas? Ja, ja, ja Ich darf hier rein Ich hab meinen Ausweis auch vorgezeigt Wann der VIP Raum Ach, der ist geschlossen Okay, hier kriegen wir auf jeden Fall nichts Neues für ein Getränk, oder? Nö Na gut, schade Na gut, können wir wieder raus und kommen mit Jimbo sein Müll bringen und dann Hallo! Wie geht's? Soll das etwa dein Trick-Club-Outfit sein? Ja Na komm, was gibt's denn schönes? Gin Tony, geil! Strump-Vergurkenzieher? Stumpf auch nicht, Strumpf auch, uh Dollar 44, die alten verdienen aber was mehr als du mein Freund Employee Decker, ja Ha, ha, ha Geil Jetzt kommen wir in den Trick-Club, perfekt So Hi, DJ Kann jetzt grad nicht reden, ich bin DJ in einem Strip-Club Gebe ich ihm sein Drink? Okay, das ist gar kein schlechter Drink und jetzt trinkst du mit dem DJ-Ball Strip-Club Farm, farm, haha So DJ Hippo, geil Nö, gibt kein Trick-Club So, gab's hier noch was? Und immer hier auch fertig, glaube Das haben wir schon erledigt Sehr gut Ich bin sehr stolz von uns Oh, schön Tag noch Guten Abend, Mädels So, wo ist Jimbo? Nach links s du 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 das ist doch der vorzunehmen selbstjustizier japaner kent und langer unter straße jimbo ist ganz hier sind wir richtig so jimbo ich hab da was für dich wir feiern dann so lange auf ein problem bis es keins mehr ist amateur vom gerät verbrauchsgegenstand ok mit neue freunde bald so aus wird jetzt da oben rufen ok er wurde unternehmen wir müssen jetzt ganz ans Ende andere Ende der Stadt zu super oder und dazu müsste mit die die und sein gewartet im mädchen wo sind und da ist die schnelle reise hallo ein blitzweg ich naja das bestens er kann man zu müssen ich bin in der Zeit hätte ich vielleicht so ja sehr gut was eine große speichert und und da kommt der stand kam was zum dj irgendwas mit ist durch die mobilienprüfung gefallen Bitte einfach mal zurückspulen. Vielleicht öffnen uns... Ah. Hi. Ach, wir müssen sogar. Ich hab... Äh, Pause. So, und pass auf, da wir jetzt 100% gegen die Kämpfe. Tittenbilder, komm und hol sie dir! Hä? Ich war da drüben? Man muss sich ins Zimmer. Na gut. Hä? Hä? Oder muss ich was rückgängig machen? Ich glaube nicht, oder? Bin da jetzt da drüben? Hä? Hä? Da ist ein Hebel, ich hab ihn gesehen. Da ist ein Hebel, ein Hebel, lalalala. Hä? Hä? Nichts, ja, jetzt. Ich komm nicht an den Hebel... Ich da vielleicht zum Artenunkelklife könnte sogar sein... Vielleicht zu mir noch... Ach, guck mal. Perfekt! ich kann mich auch hier zu kommen ich will mich jetzt setzen was was unheimlich das wird übel ich weiß es ich habe das recht nicht wenn ich bin ich ja weiblich Ja, weiblich. Oh, okay, super. Also wie du weißt, bedeutet, dass du bist cisgender. Okay, super. Als nächstes sprechen wir im Zusammenhang mit deinem Geschlecht über deine Sexualität. Ah? Wir denken, dass Geschlecht und Sexualität dasselbe sind, aber nein, das stimmt nicht, nein? Ah, ja, ja, ja. Wirst du das Geschlecht der Personen bezeichnen, die du sexuell anziehen findest? Äh, junge Mädchen, weder noch, alle. Nur alle. Okay, fühlst du dich angezogen von beiden, die näheren Geschlechter, männlich, unfeiftlich, oder findest du alle Geschlechter, jenseits der binären Definition anziehen? Äh, binär, mehrere. Ja, alle. Wir machen da keine Unterschiede hier. Okay, fühlst du dich sexuell von allen und von allen Geschlechtern angezogen? Ja, bleib bei alle. Pansexuell, cisgender Mädchen. Ja! Uh, neues Level. Geil Schön, dass wir das besprochen haben Okay, okay Ja, ja, ja Also putzen, bleib wieder da Und wenn ich wieder Wir werden wohl gleich noch mal kämpfen müssen Hab ich so, dass Dufe Gefühl Ja genau, wir sind nämlich die Schule verlassen Und also rüstung und vorhaben aus Und zwar bei Kräften, ane, ne, ne, falsch, äh, Autopakte Ja, aber ein Neuen-Auto-Faktes-Lot Da kann man jetzt das an, und das kommt hier um mit freigeschaltetem und epischer Platz So, da kann man jetzt sein Den Geditaldaten, dass man reinpacken So, dann sind wir auch über den 200er brauchen Perfekt So, kommen wir zu der Schule irgendwie weiter Gesperrt, wieso Herr Westerks, ach so, das sind seine Leben Na gut, okay, gibt es hier einen anderen Weg, wo Wir tun haben, was neu ist Aber ehrlich Ja, das ist so lustig, das ist so lustig Ja, das ist so lustig, das ist so lustig Ja, mach kein Scheiß Mach kein Scheiß Mach kein Scheiß Ich hab die Faxen dick von deinem Scheiß Ah, schade, wie macht man denn mit ihm und Selfie Und ihm schon eins? Die Schule ist aus, was machst du noch hier? Ja, entschuldige, wird das So, Jungenkeit Jungenkeit, ich rufe dich zur Hilfe Ah, schuldigung, Entschuldigung Mit der Daumen offenbar ist, Knopf, mein Freund Jawoll Jawoll Ja, kam oben, ne? 21 Kiste, nähen Bruno Mikon, Autofakt Uh, das ist aber stark Überricht, wer ist der Kuhn? Naja, ich hab keine Ahnung Ein großes Geheimnis und die gibt es auch schönes nur ein kurs ja ja ich weiß wollen wir nicht runter ja aber mit absicht schuldigungen kommen wir scheinbar nicht lang na gut dann kommen wir doch bereit für die nächste große mission aber erst mal wird uns wieder jemand angreifen ja so nicht sie die interweiter ich rufe meine kuchenfreunde doch was 88 was du kannst Zeitfortpause auch im Kampf einsetzen treiber auf der wird schon zu mehr zu erfahren es hat Zeitfortspause Zeitfortspause in dem du ja ja wissen wir Zappelkatz und frei bewegen und mit Artikel verschlagen ich habe ein gutes gefühl bei der sache ok ähm ja von denen ist eine mob 2.9 immer furcht seine leben sehen wir nicht es wäre schön wenn das unten rechts in der leiste mit stehen oder so eine kleine info und wie viel hat Prozent und die wir gehen auf ihn ja der kuhn so muss ich ihn nicht selbst in der Zeit hierdach sehst du dich nach daddies Gürtel ja was verwirrt nein wollen w hu hu ha 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 Sind wir nur die Ruhe haben doch oh man ja alter so was ist so geil so ne wollen die nicht wütend machen lieber ausschalten geht das nicht ok dann machen wir doch wütend dann kann man wenigstens ihn an die erste geschützt ja wenn du amerika nicht liebst kriegst du was auf deinen sozialisten ja wie guckst du an so wie sitzt er mit jahres erst auch ziemlich hoch ja bluten ist aber nicht nein war es nicht so können wir ihnen dann umhauen jetzt ja den tag noch ein feld durch die macht von kohle fernst die abenteuersteig aber sie wurden auf dem land und die kacke das bereich müssen wir ihn jetzt auch im kreis ich habe diabetes kommt wieder zu sich umhauen nein aber wir können ihn bluten lassen so schauen mit beide umhauen geht auf keinen fall aber ihn umhauen oder ihn wir hatten der noch der 72 der hat noch 91 haben wir ihn zuerst um wir haben eine überraschung für dich oder ganz viele wir lassen kuhl in ruhe endlich immer verwirrt dann machte ich mal nützlich und hau den weg kein problem das voralte was vorurteils an so mal gucken was wir da jetzt alles schickes neues haben eigentlich zum stück auf so jetzt gibt es bestimmt eine ansprache von irgendjemanden dann schnell rein wo ist das meine artefakten ja genau hier ist die dna und hat bestärke das ist ja was anderes ich konnte ein bisschen doch doch es ist hier stellt unsere umgut ist die gesundheit übelst nach oben kraft wieder auf 0 maximal ist schürzt sie hier die leben etwas runter die kraft bleibt gleich oder gelb heißt bleibt gleich aber 20 hier gibt es bloß leben dazu das lohnt sich nicht so ich bin mir mehr bewegung umhören ne klappt schön sie ist nicht schlecht aber minus 15 gesundheit ne ich bleibe mal bei der stärke jetzt obwohl naja ja bloß stärke aber ich höre sie geht die gesundheit ein bisschen runter ich weiß nicht was nun bringt habe ich gesagt okay lass uns erst mal na gut so wo wir sind Prozent sprich mit detektiv verheiratet ist das heißt wir müssen draußen wo wir können wir gucken wir jetzt hier lang kommen oder kommt mit ganzheit schon lange ich weiß nicht hier kommen jetzt auf jeden Fall wo kommen denn dahin an einen Ort wo wir noch nicht hin wollen ich höre eine Katze und ist schon freigeschaltet benutzen ich kann mich erinnern nicht da fehlt uns warte warte ich habe eine Idee eine Idee wenn wir die Zeit anhalten jetzt und hier hergehen wir kriegen sie trotzdem nicht schade sehr viel hier geht es auch zum teich beziehungsweise ins labor na gar nicht die einzigen von der ein so und hier drin ist der windrad gerade perverse socke Nieder vor dem Herrn Nieder Vor dem Herrn Ist der nicht irgendwas? Echt nicht? Außer Kleidgel und viele Alter was Hier ist eine Kamera Noch eine Kamera Noch eine Kamera Äh Alter Unten ist keine Kamera Okay Na gut dann kommen wir wieder raus Hier gab es nichts Na gut Na gut Ich dachte Dann gehen wir unserem Freund und Helfern helfen Ist jetzt mit uns ein Foto machen Wir haben da alle kein Foto mit uns gemacht vorher Wir reden gar nicht mit uns Ah Quatsch Kleiner Krimineller Du hast einen Beamten angegriffen Ah Quatsch Na gut Na gut Na gut Na man Lass doch mal hier vorbei Was geht uns auch Türen an? Fotos Was bedeutet das? Wie tust du es? Was will? Hm Was bist du denn? Ein Zigeunermagier? Die Klappe Ich habe was gesehen übrigens So 5 von 8 Geschöhn Arschloch Und da wird mit dem kleinen Hilfsherriff Jaa Wir gehen ganz viele Selfies Detektiv Murphy Schau zu und lernen Jaja geht bloß Vertrauens wir sind die guten Jaa ich glaube nicht Kann man den Alarm auslösen? Äh Schade Er wollte noch was von mir Na gut Was gibt es denn? Hey kleiner Verbrecher Schreck Du bist wieder da? Ich habe da was Das dich interessieren könnte Wie sich herausgestellt hat Ist der Abschauen von gestern Nur eine ganz kleine Nummer Der echte Oberboss muss irgendwo hier sein Auf deinem Handy Das ich in der Hand halte Jaa Der versteckt sich in der riesigen Villa Die er mit Blutgeld gekauft hat Oh nein Das ist eine ganz andere Nummer Verbrecher schreck Sein Haus ist eine Festung Jedes Fenster und jede Tür Ist mit einem Hightech Sicherheitssystem verbunden Du brauchst das Hiermit kannst du sein Sicherheitssystem hacken Um dich reinzuschleichen Polizei Hacking Gerät Wichtiger Gegenstand Geil Und das sollen wir jetzt alleine machen Alter was ist das für Bullen Die machen gar nichts Ah ne sinnloses Pack ey Sinnloses Pack Crime ist out of control in our town Kunin friends Are this city's only hope All right Now you need to go out into the town And do superhero stuff You know Help people and fight crime And dumb shit like that Well how's the character sheet coming I already let you do a class There's nothing left to talk about Tent man Do not give me those sad puppy eyes You are not going to have three classes I've been given twenty thousand dollars To take care of you But But I only need a few hundred for that So you know what I'm gonna do with all the rest Go to Paris and get a P-doll enhancement And fuck French chicks Super Craig 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 Super Craig